Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video von mir. Das ist mein erstes Video auf dem Kanal. Und starte gleich mit einem Glitch. Und zwar habe ich den Switch Ring Glitch euch vorbereitet. Schon ein bisschen vorgezockt auf der Playstation. Einfach eine Hochfehler an und ja. So, wir brauchen einen zweiten Controller für diesen ganzen Glitch. Dann gehen wir auf Standards zu den Spielenisten. Und dann auf Käfig Schlag. Dann bei Käfig Schlag gehen wir dreimal rein und dreimal wieder raus. So. Dann genau ab diesem Punkt zwischen dem Spiel Modus und dem Standard. Klickt mit der PS Taste. Dann meldet ihr euch mit dem zweiten Damme Account an. Geht ganz schnell rein. Klickt ähm ähm Spiel suchen. Dann auf Standards. Dann auf Käfig Schlag. Also das muss wirklich schnell gehen. Sonst klappt das nicht und kommt das hier. Ich zeige euch jetzt nochmal vor wie das dann aussieht und es geklappt hat. Boom. Also wenn ihr richtig schnell wart, dann sieht das so aus. Aber wenn ihr die PS Taste zu früh klickt, dann kommt nur der eine Zypter mit der Waffe. Und ihr seht gar nicht zu über diesen Zypter. Und wenn ihr die PS Taste zu spät geklickt habt, dann kommt ihr ins Hauptsum rein. So. Also das war's erstmal von mir. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen habt. Dann Tschüssi Kowski bis zum nächsten Mal. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020